willkommen ihr lieben zu einer weiteren folge let's play clash of friends mit mir dem torsten jeden monat season ende und man muss immer ganz ganz schnell festhalten wo die clans im einzelnen denn eigentlich gestanden haben und es gibt ja auch es gibt ja push clans und es gibt keine push clans den ist das egal es gibt spieler und es gibt keine spiele ich gehört sondern nicht push spieler trotzdem nicht schon wieder in champion 3 wundert mich manchmal aber wahrscheinlich sind es auch mal wieder die defensiven ja ich habe schon zwölf der sind in dieser saison die ich noch nicht alt aber wenn man hier oben auf das auf dem pokal geht dann seht ihr ja seht ihr auch die top clans und die top players und natürlich die letzte clan wo liegt man sieht hier nicht alles man muss hier schon ein bisschen schnell sein oder schneller sein wenn die liga dann ausläuft wo man eigentlich gestanden hat und ja das ist die elite der welt hier scheinbar keine ahnung was das pushen jetzt angeht also gegen push clans oder gegen push clans und die mit 52.889 hier 50.000 gems einheimen sind also die ersten 20 spieler jeder spieler zweieinhalb tausend gems ist nicht schlecht das gibt es bei den player nicht und gibt es auch nicht in jedem land also hier können wir natürlich germany sehen manchmal habe ich das gefühl sind das nicht immer rein deutsche clans ich weiß es nicht da mogeln sich auch immer gerne ein paar andere unter aber wir wollen uns hier auch unter obwohl wir kein push plan sind aber ihr seht ihr so die üblichen verdächtigen hätte ich mal fast gesagt wollen periode los nochmal cloud zentralfriedhof stuttgart nimitz nubs mit seinem zweiten clan sucht klinik und so weiter und tatsächlich tauchen wir jetzt schon wieder auf ich glaube wir sind 15 oder 16 geworden in der letzten liga sind aber kein push clan also wir pushen jetzt nicht aktiv wo der chef sagt so leute alle unterlegende raus wir machen nur noch legende hier das wäre ganz ganz schlimm für mich denn ich spiele ja keine legende vielleicht irgendwann mal aber ich meine 19 hier ohne dass du hier großartig was tust ist natürlich noch nicht aussagekräftig nach zwei oder drei ligatagen und man kann dann natürlich auch die top player sehen hier gibt es keine gems das wäre auch dafür dass wir noch mal so richtig traurig bin richtig froh dass es hier nicht gibt aber ihr seht hier mary stepp stevani ja also ohne worte da kann ich da kann ich nichts mehr zu sagen irgendwo tummelt sich ja auch ich zu glaube ich der hat ja auch noch mal so ein end push angeschlagen hier auf 18 ist er gelandet und naja ist schon ziemlich schwierig hier oben mit mit zu wir können wenn man es denn normal macht sage ich mal clan war league da könnt ihr natürlich immer den letzten monat oder die letzten season sehen auch hier ist das ganze ja nicht ganz aussagekräftig wegen den ganzen band geschichten naja aber einmal gegen einmal gegen push klang spielen ja wir haben gegen einen push klang gespielt ich muss mal gerade gucken wo die im moment abhängen und zwar werde ich ja auch öfter gefragt kennst du die kennst du die kennst du reckles kennst du senden game berlin ja die kenne ich jetzt die kenne ich jetzt die haben jetzt nämlich die siegesserie von null weil wir gegen sie gespielt hat ja nicht nicht deswegen oder doch vielleicht vielleicht doch deswegen keine ahnung vielleicht doch deswegen unter mir seht im kriegs lock hier 78 63 ja ja ist das jetzt schon eine andere liga die wir jetzt spielen oder die die spielen keine ahnung ich man kann das mal ganz ganz schlecht einschätzen aber wenn man pusht sag ich sag ich immer dann sind das auch zum pushen reichen immer zwei sterne ein stern zwei stände muss halt nur gewinnen und im ck zählen natürlich die drei sterne gar keine frage und die haben wir hier ja ich will jetzt nicht sagen zu aufgemacht aber von wir haben 18 mal drei sterne von 25 ck es ist nie waren 30er waren 30er also genau die hälfte hier auf drei sterne gelegt und ich muss mal gerade gucken ob meine nummer noch dabei ist ja die wurde auch auf drei sterne gelegt also guck mal vita hat hier noch mal so ein bisschen raus gesucht ich glaube ich hatte ich hier 72 prozent drauf und da hat er wieder noch mal nachgelegt ich gucke mal ob er das so ähnlich gemacht hat wie meine wenigkeit okay ist von da mit dem zepra rein und wollte da sicherlich den single inferno war das ein single inferno ja ich glaube rausnehmen und die clan burg wurde somit auch gelockt queen charge jetzt aus der ecke okay da bin ich ein bisschen anders vorgegangen aber da ist auch jeder anlass mein angefangen nicht schlechter war jetzt mal wieder für meine verhältnisse gut vielleicht pass ich auch mal so ein push plan weil ich immer nur zwei sterne machen weiß ich nicht keine ahnung ich glaube aber eher nicht ich glaube ich gehöre hier womöglich schon richtig hin und demnächst steht ja die klang kriegsliga wieder auf dem programm da bin ich auch sehr gespannt aber die nächsten tagen kommen wir noch ein paar andere oder kommt noch ein anderes event auf euch zu mit mir da mache ich aber ein kurzes info video dann für den mittwoch glaube ich und nicht für heute das würde sonst den rahmen sprengen weil ich auch ein bisschen was dazu erklären muss und letztendlich ging es hier darum dass wir ja auch mal gegen einen push klein gespielt haben ist er selten glaube ich dass man sich hier trifft vor allen dingen zwei deutsche clans ich meine dann muss die klank kriegsko schon sehr nahe gewesen sein und auch die rathäuser müssen natürlich passen in unserem fall 30 30 13er und dann ist das eher selten deswegen nehme ich das mal mit also die truppe von senden gegen berlin hat auch gut angegriffen also man merkt schon dass da viele spieler mit langjähriger erfahrung drin sind sage ich mal aber ich konnte jetzt mal wissen bzw ich kann jetzt dann immer eine frage mit ja beantworten nämlich die frage kennst du sgb oder wenn man auch mal ich glaube wir hatten ja auch jemand von sgb meine ich weiß ich gar nicht so genau und wenn mein telefon dann nicht immer oder ab und zu mal klingeln würde dann könnte ich das auch am stück aufnehmen entschuldigt bitte für den kurzen aussetzer ich muss jetzt noch mal bei 60 prozent reingehen ich hatte das ding eigentlich schon wieder abgedreht hier also ich hatte aufgenommen aber wie er so ist ja eben wo mein telefon geklingelt hat schnell mal leise gemacht und mal wieder vergessen dann das mikro wieder einzuschalten naja aber wie gesagt ich kann ja sagen ja die kennen wir zumindest haben wir schon mal dagegen gespielt und auch die haben gut gespielt also sie haben ja sie haben ja doch reichlich dreier gemacht halt nicht nicht zu wenig da weiß ich nicht ob es dann manchmal an den planungen die denn die waren angriffsmäßig schon ein bisschen vor uns also was die anzahl der angriffe angeht und ja ich meine auch mein erstwurf ist dann immer oftmals in zwei sterne also ich habe auch im fresh hit selten dreier auch im zweiten nicht unbedingt immer manchmal manchmal ist bei mir halt auch immer glück und deswegen weiß ich nicht ob dann wie man sich in anderen clans abends trifft bei uns ist das ja mittlerweile so ich muss mal eben gucken ich hatte mir noch einen rausgesucht den ich euch zeigen wollte ich glaube es war auf den mord hier so hier gucken wir mal rein was hier drauf gemacht wurde auch komische bases waren auch also es waren auch manchmal ein paar komische bases dabei aber ich glaube sgb hat auch einiges an doppel bases hier drin gehabt also unter umständen sehr sehr häufig mal die gleiche base und vielleicht liegt das dann daran dass man dann seine seine legenden base einfach auch im ck nimmt weil sie halt manchmal deft ja im freien spiel aber da greifen dich die leute da haben die leute natürlich nicht den ganzen tag zeit sich auf deine base vorzubereiten sondern dort musst du anfangen nach 30 sekunden einen angriff zu machen und mit der mit den truppen die du dabei hast das ist hier natürlich anders hier kannst du etwas länger auf gewisse bases planen und so haben wir hier glaube ich dann auch am ende sicherlich nochmal die die endstern oder die restlichen sterne gemacht wo wir dann einfach angriffe kopiert haben das kannst du einfach machen kopiert den angriff muss halt nur zu sehen dass genau so in etwa die truppen setzt und die helden setzt ähnlich zündest etc und dann werden das halt auf auf verschiedene auf gleiche bases so ziemlich immer drei sterne und da muss man dann vielleicht nochmal darauf achten auch wir dass wir die immer mal wieder umstellen immer mal wieder bestest im moment sind wir wieder hart auch in base testphasen denn wir nehmen glaube ich an der ja wir nehmen an der hcwl teil und deren auslosung ja die tage war da muss ich auch mal in die gruppen reingucken wenn wir da erwischt haben und deswegen gehen im moment sehr sehr viele hier auf ganz ganz andere bases teilweise testen die natürlich dann auch in oder bei ihren legenden verteidigung und naja aber schön gemacht hier mit den jeti smash würde ich sagen ja erdbeben zauber mit dabei und ein riesen loch hier gegraben also cool gemacht hier außen jetzt mit den schweinereitern die da noch ein bisschen helfen mit der mit der königlichen gladiatorin und dann sind das hier auch von cheops drei nette sterne gewesen ja wie gesagt einen habe ich mir noch rausgepickt es gibt auch so den einen oder anderen den kenne ich hier gar nicht in dem clan kommt immer mal wieder vor dass ich auch nicht wirklich alle leute kenne die hier reinkommen sondern dann verpasse ich das mal und dann sind die schon tag hier oder zwei oder drei oder eine woche sogar schon und dann kennt sie immer noch nicht weiß gar nicht wo die einordnen sollst dann kannst du nur mal gucken von wo kommen die denn und da habe ich mir auch einen rausgepickt noch auf die nummer fünf was glaube ich muss ich gleich noch mal schauen ich habe eben noch mal quer geguckt was ich denn auch immer so in die aufnahmen mit rein nehme ich meine klar ich nehme jetzt kein zwei sterne mit rein um die base um die defensive base zu wahren nicht dass dann jemand die base noch sieht und sagt die habe ich schon mal gesehen bei toto da waren nur zwei sterne drauf die planen wir mal mit drei deswegen sind es auch eigentlich immer drei sterne die ich hier so ein bisschen aus den klaren kriegen zeige und dann nicht die zweier hier weil man sich dann darauf einschließen kann aber ich glaube es war der smith hier auf die nummer fünf und da gucken wir mal okay das ist so ein design aber wie gesagt es gibt einiges gab einige designs die waren halt gleich und da hatte ich so ein bisschen das gefühl das sind so legend push bases und die halten sicherlich wie gesagt die legende aber hier im klaren krieg hast halt viel viel länger zeit dich auf gewisse sachen vorzubereiten und klar wenn die base erst mal steht dann steht sie und dann bei uns gibt es ja okay bei uns gibt es welche die gucken natürlich immer über die bases rüber und kennen auch viele bases von den anderen können dann schon sagen er nummer 18 ist gleich mit nummer 27 bitte tauschen ja und einer von beiden tausstand und dann ist gut so dass wir eigentlich in den seltensten fällen auch beim 30er hier zwei gleiche bases haben oder wo zwei leute die gleiche base haben schön gemacht hier übrigens mit dem zeppelin und auch der queen walk wie im queen walk glaube ich mit meinen dann am ende sehr sehr schön gemacht klaren buch ausgelockt aber ich wollte gerade sagen traditionellen hund drin mit bogenschützen immer gern genommen immer gern nervig ist einfach so auch wenn es jetzt manchmal nicht ganz so viel bringt aber es kostet zeit ihr seht dass die zeit läuft und die zeit rennt beide bzw ich hatte jetzt gerade erst gedacht wenn beide scattershots gewesen ist auch nur einer der ist auch weg kann ohne schon mal weg jetzt kommt die queen an den inferno turm hier und oben geht der king auf 9 uhr jetzt auf 3 uhr entschuldigt bitte uhr ist andersrum auf 3 uhr mit dem funnel los jetzt muss dann auch gleich denke ich mal zünden sonst gehen doch ein bisschen paar meiner raus aber das sieht noch ganz gut aus da hat er jetzt alle zeit der welt das lager ist in jedem fall weg dann bleiben die in der mitte schön gefannelt hier von zwei seiten und mit der königlichen gladiatoren geht es hier richtung rathaus und den schweinreitern die haben nicht den schweinreitern den den minern die haben jetzt ein super basing hier von einer defensive zur nächsten und das ist bis auf dem magerturm alles nur punktschaden also kein flächenschaden mehr dabei und da können die sich dann auch nicht so richtig darauf einballern und die die gladiatoren hier geht richtig schön immer mit hinter hinter den minern und das ist schon cool gemacht hier queen ist immer noch an die queen ist jetzt schon weg die queen hat jetzt schon gerissen ist aber nicht schlimm die heiler leben noch also heiler switch ja mal gelungen ist dann ist immer glückssache das kannst du ich glaube ein heiler switch kannst du nicht wirklich planen da hast du entweder glück die hätten ja jetzt auch alle schon weg sein können aber die können dann auch immer nur die meiner heilen wenn sie gerade da sind ihr seht die switchen immer mal wieder auch zur gladiatoren rüber und ab und zu taucht dann mal ein miner auf dann wird da wieder geheilt jetzt zwischen sie wieder auf den king jetzt wird der hochgehalten da war gerade ein miner wieder also die haben jetzt sehr sehr häufig geswitcht aber so ein zwei hits reichen dann wieder um so ein bisschen lebens oder in der mail points aufzutanken und schön gemacht hier schön gemacht vom smith vom klaren spätze mit so ist ja sms gegen sgb also schönes teil hier danke noch mal für das bildchen an den dennis an die war da habe ich mir das nämlich geklaut für das thumbnail und schön gemacht hier denke ich mal auch wenn es am ende ein bisschen dominanter wurde aber schwamm drüber nächster klankrieg kommt bestimmt auch bei uns wir sind aktuell gegen die belgium family dran da läuft jetzt noch der prep tag auch wieder eine 20 auch wieder ein 25 ich mag das wenn wir im moment so große klankriege spielen hier als als diese zähne aber viele haben ja jetzt auch schon ihre helden fertig meiner brauche jetzt noch zwei level hier der king also auch bei mir geht so ein bisschen dem ende zu auch was die baumaßnahmen angeht ich brauche nicht mehr ganz so viel scrollen das seht ihr also geht immer weiter hier ich hoffe das hat euch ganz gut gefallen hier gegen push clans könnte mir gerne mal in die beschreibung in die beschreibung schreiben nein da könnt ihr nicht rein schreiben sondern in die kommentare ob ihr auch schon mal so auf einen push-clan gestoßen seit und wie ihr euch da geschlagen habt pusht ihr mit euren clans etc also wir pushen nicht aktiv hier sondern das ist eher zufall dass ich hier über die hälfte in legende tummelt ich glaube es sind mittlerweile 30 leute oder so die sich hier tummeln nach schon mehr 35 manchmal kommt noch ein bisschen blöde vor ich bin auf 46 hier in chem 3 ich könnte auch mal wieder ein bisschen höher gehen noch ein bisschen tiefer mal sehen ich hoffe das ganze hat euch ganz gut gefallen wenn ja dann lasst mal am ende das ist jetzt ein daumen nach oben da abonnieren nicht vergessen glocke stellen damit ihr kein video mehr von mir verpasst morgen kommt ein etwas kürzeres video da geht es dann noch mal um die um den klaren global community gegen die gml also lasst euch überraschen bis dahin euer toto und 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 und